Moin moin und herzlich willkommen hier zu meinem kleinen YouTube-Kanal. Heute spüren wir weiter Cuphead und letztes Mal haben wir die Kuh besiegt und diesmal, oh hier ist wieder ein Flugzeug, oh hier können wir mal wieder welche von diesen Herausforderungen von Königssprung machen, das machen wir mal. Gibt es auf jeden Fall Geld und schauen wir nochmal was dabei rumkommt. Oh, das sieht jetzt noch besser aus hier. Das wird wahrscheinlich auf Hartes sein. Oh, okay. Okay, wir müssen versuchen zu schießen. Boom, dann haben wir das Gesicht getroffen. Nochmal das Gesicht getroffen. Nochmal das Gesicht getroffen. Das Gesicht mag es, glaube ich, gar nicht. Oh, Mist. Oh, fuck. Okay, aber jetzt wissen wir, was wir machen sollen. Hm, ist ja gar nicht so verkehrt. Los geht's. Oh. Oh, Schmiss. Oh, da kommen auch echt viele Sachen runter, so, oder? Krass. Krass. Wie wäre es denn gekommen? Ah, es war ja schon fast das Ende. Also, okay. Mist. Oh. Alter. Das war nervig. Oh, das war echt schnell rein. Na gut. So. Mist. Mist. Oh, komm schon. Oh. Wir sind überhaupt nicht weit gekommen. So, jetzt nochmal. Nein. 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 Das gibt es doch gar nicht, dass diese blöde Könige nicht treffen. Ja. Oh, wieder nicht. Wow, geschafft. Okay. War jetzt auch nicht so schwer. Ähm, aber... Da muss man erstmal reinkommen, ne? So, was sagt er? Gebt uns wahrscheinlich nur Geld und dann sind wir wieder unten. Hört man in eure Recken, halten die restliche Beute. Und damit ist das Studier beendet. Künftig soll meine Burg euer Übungsplatz sein. Lebt wohl, tapfere Recke. Okay. Das war jetzt gar nicht so kompliziert. Huch, was macht der kleine Geist da hin? Sag, junger Freund, ich bin einem Geheimnis auf der Spur, komme aber nicht weiter. Der Wettbewerb, das zerbrochene Artefakt, der unheimliche Friedhof. An allen drei Orten habe ich mächtige Astralenergie entdeckt. Es muss eine Reihenfolge und Methode geben. Wo hat er überdeckt? Der Wettbewerb, das zerbrochene Artefakt und auch im Friedhof. Okay. Kann man das Flugzeug angehen? Was kann man da machen? Das jaulende Jagdgeschwader. Die tollkühen Hunde. Probieren wir mal. Schauen wir uns das mal an. Oh. Ah nein. Achso, ich kann auch schiefen, ne? Für eine Weile. Komm her, du. Komm her, du. Ah, das wird dumm. Oh, was soll... Wie komme ich denn hier? Die kann ich nicht mehr abschießen. Na, warte mal. Da haben wir noch einen anderen Schuss, ne? A great friend. Here goes. Okay. Oh Mann. Ah, die kann man auch nicht beschließen, okay. Ach komm schon. Ach komm schon. Da fehlt noch ein. Scheiße, ich muss auf das, dass ich zurückkomme. Ach verdammt, ich krieg noch nicht immer hin, ne? Der Schuss ist gar nicht so schlecht hier eigentlich. Das trifft man recht viel. Okay. Oh. Oh, fuck, einer hat mich getroffen. Okay, aber relativ weit gekommen, oder? Obwohl, naja, relativ weit, relativ weit. Wie viel Kohle haben wir denn eigentlich? Warte mal. Wir machen mal ganz, wir gehen gleich wieder rein. Aber ich muss mal gucken, wie viel Kohle wir haben. Dann können wir uns nochmal vielleicht noch irgendeine andere coole Waffe kaufen. Wir haben sechs. Lass mal einmal kurz zum Waffenheilig gehen. Und dann machen wir das gleich weiter. Wir haben Glück, dass die Schwarte irgendwas cooles für uns hat. Irgendein Schuss, der uns hier ein bisschen mehr hilft. So. Streuschuss. Durchbohrener Dreierschuss. Haltet die Sperrtaste gedrückt, um die Streuung zu verringern. Doppelherz. Ah, okay. Flächensalbe. Für mehr Schaden, Angriff gedrückt halten. Kein Schnellfeuer, da erzählt Präzision. Lupfer, Vernichtung, Mittlerreicher, Gute Schraben. Oh, eine Regeringer. Ich hätte Bock, was zu kaufen. Ich weiß noch nicht was. Ich muss die Räume mitnehmen. Ich merke schon, was das ist. Geht mal raus. Rüsten wir nochmal kurz aus. Was haben wir denn da? So. Ja, wir können hier... Das ist natürlich nicht mehr dumm. Ich würde ganz gerne mit der Frau weiterspielen. Weil ich ihn ganz gut finde. Das ist ja ärgerlich. Das ist die Frage, ob man mit den anderen nicht auch weiterkommt. Da hat man aber nur drei Leben. Muss man auch kurz den Kopf behalten. Könnte man sich aber ein Leben zurückholen, ne? Sollen wir es mal ausprobieren? Wir probieren es einmal aus mit... Mit Leben zurückhören. Tessen wir mal. Spielen die Typen schon anders, ne? Ach man, bin ich aufgestanden. Ah Mist. Spielen wollen, ne? Na gut. Oh nein. Ich wollte ein Leben holen. Ich versuche es nochmal. Ich versuche es nochmal mit dem. So. Eigentlich ist es ja gar nicht so schwer. Aber das ist natürlich dumm. So. Oh nein. Ah, mein Leben holt nochmal. Oh, dumm von mir eigentlich. Das ist nicht ganz geil, dass ich mit dem mal wieder ein paar Leben holen kann. Auch misst das versiegelt. Oh, komm schon. Den hättest du mir doch gönnen können. Ja, und gleich wieder lebe weg. Ach shit. Das war noch hier oben hin. Wart ich dumm. Hä? Wie soll ich denn da rüberkommen? Hm. Na gut. Versuchen wir nochmal. Ich liebe diesen Schuss. Der ist schon gar nicht so schlecht. Und gleich wieder ein paar Leben versemmelt. Wenn man so gierig war. Oh, die kann ich mir gleich alle wiederholen vielleicht. So, warte mal. Jetzt müsste man nur aufpassen, dass man die irgendwie wiederholt. Einigermaßen nett. Ja, das ist natürlich dumm. Ach, was? Na ja, und dann gleich wieder oben einen runtergeholt, ne? Also, einen runtergeholt von mir. Ja, das war dumm. Das war dumm. Was ist das nochmal? Was ist das nochmal? Was ist das nochmal? Okay. Okay. Ja. Oh, gekriegt. Können wir hier schon aufpassen? Ja. Ja. Ich habe nur 6 Leben, das ist schon gar nicht so schlecht. Nein, hat mich der hinteren noch erwischt, ach man, okay erst mal gucken, ja toll, ah, das ist echt, oh Mist, nein, falsche Richtung, ach, nein, wie weit waren wir? Boah, wir waren fast am Ende, wir waren fast am Ende, okay, nochmal. Das hat doch ein bisschen ein cooleres Leben holen können. Oh, komm schon, warte nochmal, das muss anders geregelt werden, nicht so beschissen. Oh. 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 Oh, nein, ach man, das ist doch wieder dumm gewesen, Leute. Oh. 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 Oh, oh. Ah, Mist. Ah, Mist. Yeah, haben wir es geschafft. Das war doch gut. Das war doch gut. Genau so wollte ich es haben. Perfekt. Puh, naja, ein super Bonus wird nicht sein. Denn dafür war ich zu schlecht. Parieren. Super Meter, leider nicht so. B minus B. Immerhin B, nicht schlecht. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Runde wieder. Oh, die Brücke ist da. Hangar ist geschafft. Ich habe mal eine andere Minze erhalten. Lecker. So, tschüss und ja, bis dann. Bitch, ihr sollt. Sagen. Okay. So, is das so gutísatend? So, bis dann. So, bis dann. So, bis dann. Untertitelung. BR 2018